Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums. Vorwort. Dies Buch gehört den wenigsten. Vielleicht lebt selbst noch keiner von ihnen. Es mögen die sein, welche meinen Zaratustra verstehen. Wie dürfte ich mich mit denen verwechseln, für welche heute schon Ohren wachsen? Erst das Übermorgen gehört mir. Einige werden postumgeboren. Die Bedingungen, unter denen man mich versteht und damit Notwendigkeit versteht, ich kenne sie nur zu genau. Man muss rechtschaffen sein in geistigen Dingen bis zur Härte, um auch nur meinen Ernst, meine Leidenschaft auszuhalten. Man muss geübt sein, auf Bergen zu leben. Das erbärmliche Zeitgeschwätz von Politik und Völkerselbstsucht unter sich zu sehen. Man muss gleichgültig geworden sein. Man muss nie fragen, ob die Wahrheit nützt, ob sie einem Verhängnis wird. Eine Vorliebe der Stärke für Fragen, zu denen niemand heute den Mut hat. Der Mut zum Verbotenen. Die Vorherbestimmung zum Labyrinth. Eine Erfahrung aus sieben Einsamkeiten. Neue Ohren für neue Musik. Neue Augen für das Fernste. Ein neues Gewissen für bisher stumm gebliebene Wahrheiten. Und der Wille zur Ökonomie des großen Stils. Seine Kraft, seine Begeisterung beisammenhalten. Die Ehrfurcht vor sich. Die Liebe zu sich. Die unbedingte Freiheit gegen sich. Wohl an! Das allein sind meine Leser. Meine rechten Leser. Meine vorherbestimmten Leser. Was liegt am Rest? Der Rest ist bloß Menschheit. Man muss der Menschheit überlegen sein. Durch Kraft. Durch Höhe der Seele. Durch Verachtung. Friedrich Nietzsche Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? Das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht. Nicht Friede überhaupt, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit. Tugend im Renaissance-Stile. Virtu. Moralienfreie Tugend. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum. Nicht, was die Menschheit ablösen soll in der Reihenfolge der Wesen, ist das Problem, das ich hiermit stelle. Der Mensch ist ein Ende. Sondern welchen Typus Mensch man züchten soll, wollen soll, als den höherwertigeren, lebenswürdigeren, zukunftsgewisseren. Dieser höherwertigere Typus ist oft genug schon dagewesen. Aber als ein Glücksfall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt. Vielmehr ist er gerade am besten gefürchtet worden. Er war bisher beinahe das Furchtbare. Und aus der Furcht heraus wurde der umgekehrte Typus gewollt. Gezüchtet. Erreicht. Das Haustier. Das Herdentier. Das kranke Tiermensch. Der Christ. Die Menschheit stellt nicht eine Entwicklung zum Besseren oder Stärkeren oder Höheren dar, in der Weise, wie dies heute geglaubt wird. Der Fortschritt ist bloß eine moderne Idee. Das heißt eine falsche Idee. Der Europäer von heute bleibt in seinem Werte tief unter dem Europäer der Renaissance. Fortentwicklung ist schlechterdings nicht mit irgendwelcher Notwendigkeit, Erhöhung, Steigerung, Verstärkung. In einem anderen Sinne gibt es ein fortwährendes Gelingen einzelner Fälle an den verschiedensten Stellen der Erde und aus den verschiedensten Kulturen heraus, mit denen in der Tat sich ein höherer Typus darstellt. Etwas, das im Verhältnis zur Gesamtmenschheit eine Art Übermensch ist. Solche Glücksfälle des großen Gelingens waren immer möglich und werden vielleicht immer möglich sein. Und selbst ganze Geschlechter, Stämme, Völker können unter Umständen einen solchen Treffer darstellen. Man soll das Christentum nicht schmücken und herausputzen. Es hat einen Todkrieg gegen diesen höheren Typus Mensch gemacht. Es hat alle Grundinstinkte dieses Typus in Bann getan. Es hat aus diesen Instinkten das Böse, den Bösen herausdestilliert. Der starke Mensch als der typisch Verwerfliche, der verworfene Mensch. Das Christentum hat die Partei alles Schwachen, Niedrigen, Missratnen genommen. Es hat ein Ideal aus dem Widerspruch gegen die Erhaltungsinstinkte des starken Lebens gemacht. Es hat die Vernunft selbst der geistig stärksten Naturen verdorben, indem es die obersten Werte der Geistigkeit als sündhaft, als irreführend, als Versuchungen empfinden lehrte. Das jammervolle Beispiel, die Verderbnis Pascals, der an die Verderbnis der Vernunft durch die Erbsünde glaubte, während sie nur durch sein Christentum verdorben war. Man nennt das Christentum die Religion des Mitleidens. Das Mitleiden steht im Gegensatz zu den tonischen Affekten, welche die Energie des Lebensgefühls erhöhen. Es wirkt depressiv. Man verliert Kraft, wenn man mitleidet. Durch das Mitleiden vermehrt und vervielfältigt sich die Einbuße an Kraft noch, die an sich schon das Leiden dem Leben bringt. Das Leiden selbst wird durch das Mitleiden ansteckend. Unter Umständen kann mit ihm eine Gesamteinbuße an Leben und Lebensenergie erreicht werden, die in einem absurden Verhältnis zum Quantum der Ursache steht. Der Fall vom Tode des Nazareners. Das ist der erste Gesichtspunkt. Es gibt aber noch einen wichtigeren. Gesetzt, man misst das Mitleiden nach dem Werte der Reaktionen, die es hervorzubringen, pflegt. So erscheint sein lebensgefährlicher Charakter in einem noch viel helleren Lichte. Das Mitleiden kreuzt im ganzen Großen das Gesetz der Entwicklung, welches das Gesetz der Selektion ist. Es erhält, was zum Untergange reif ist. Es wehrt sich zugunsten der Enterbten und Verurteilten des Lebens. Es gibt durch die Fülle des Missratenen aller Art, das es im Leben festhält, dem Leben selbst einen düsteren und fragwürdigen Aspekt. Man hat gewagt, das Mitleiden eine Tugend zu nennen. In jeder vornehmen Moral gilt es als Schwäche. Man ist weitergegangen. Man hat aus ihm die Tugend, den Boden und Ursprung aller Tugenden gemacht. Nur freilich, was man stets im Auge behalten muss, vom Gesichtspunkt einer Philosophie aus, welche nihilistisch war, welche die Verneinung des Lebens auf ihrem Schild schrieb. Schopenhauer war in seinem Recht damit. Durch das Mitleid wird das Leben verneint, verneinungswürdiger gemacht. Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. Es ist notwendig zu sagen, wen wir als unseren Gegensatz fühlen. Die Theologen und alles, was Theologenblut im Leibe hat. Unsere ganze Philosophie. Man muss das Verhängnis aus der Nähe gesehen haben. Noch besser, man muss es an sich erlebt. Man muss an ihm fast zugrunde gegangen sein, um hier keinen Spaß mehr zu verstehen. Die Freigeisterei unserer Herren Naturforscher und Physiologen ist in meinen Augen ein Spaß. Ihnen fehlt die Leidenschaft in diesen Dingen. Das Leiden an ihnen. Jene Vergiftung reicht viel weiter, als man denkt. Ich fand den Theologeninstinkt des Hochmuts überall wieder, wo man sich heute als Idealist fühlt. Wo man Vermöge einer höheren Abkunft ein Recht in Anspruch nimmt, zur Wirklichkeit überlegen und fremd zu blicken. Der Idealist hat, ganz wie der Priester, alle großen Begriffe in der Hand. Und nicht nur in der Hand. Er spielt sie mit einer wohlwollenden Verachtung gegen den Verstand, die Sinne, die Ehren, das Wohlleben, die Wissenschaft aus. Er sieht dergleichen unter sich, wie schädigende und verführerische Kräfte, über denen der Geist in reiner Fürsichheit schwebt. Als ob nicht Demut, Keuschheit, Armut, Heiligkeit, mit einem Wort, dem Leben bisher unsäglich mehr Schaden getan hätten, als irgendwelche Fruchtbarkeiten und Laster. Der reine Geist ist die reine Lüge. Solange der Priester noch als eine höhere Art Mensch gilt, dieser Verneiner, Verleumder, Vergifter des Lebens, von Beruf, gibt es keine Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit. Man hat bereits die Wahrheit auf den Kopf gestellt, wenn der bewusste Advokat des Nichts und der Verneinung als Vertreter des Wahrheit gilt. Diesem Theologeninstinkte mache ich den Krieg. Ich fand seine Spur überall. Wer Theologenblut im Leibe hat, steht von vornherein zu allen Dingen schief und unehrlich. Das Pathos, das sich daraus entwickelt, heißt sich Glaube. Das Auge für ein für alle Mal vor sich schließen, um nicht am Aspekt unheilbarer Falschheit zu leiden. Man macht bei sich eine Moral, eine Tugend, eine Heiligkeit aus dieser fehlerhaften Optik zu allen Dingen. Man knüpft das gute Gewissen an das Falschsehen. Man fordert, dass keine andere Art Optik mehr Wert haben dürfe, nachdem man die eigene mit dem Namen Gott, Erlösung, Ewigkeit, Sakrosankt gemacht hat. Ich grub den Theologeninstinkt noch überall aus. Er ist die verbreiteste, die eigentlich unterirdischste Form der Falschheit, die es auf Erden gibt. Was ein Theologe als wahr empfindet, das muss falsch sein. Man hat daran beinahe ein Kriterium der Wahrheit. Es ist sein unterster Selbsterhaltungsinstinkt, der verbietet, dass die Realität in irgendeinem Punkte zu Ehren oder auch nur zu Worte käme. Soweit der Theologeneinfluss reicht, ist das Werturteil auf den Kopf gestellt, sind die Begriffe wahr und falsch notwendig umgekehrt. Was dem Leben am schädlichsten ist, das heißt hier wahr. Was es hebt, steigert, bejaht, rechtfertigt und triumphieren macht, das heißt falsch. Kommt es vor, dass Theologen durch das Gewissen der Fürsten oder der Völker hindurch nach der Macht die Hand ausstrecken, zweifeln wir nicht, was jedes Mal im Grunde sich begibt. Der Wille zum Ende, der nihilistische Wille zur Macht. Unter Deutschen versteht man sofort, wenn ich sage, dass die Philosophie durch Theologenblut verderbt ist. Der protestantische Pfarrer ist Großvater der deutschen Philosophie. Der Protestantismus selbst, ihr peccatum originale. Definition des Protestantismus, die halbseitige Lähmung des Christentums und der Vernunft. Man hat nur das Wort Tübinger Stift auszusprechen, um zu begreifen, was die deutsche Philosophie im Grunde ist. Eine hinterlistige Theologie. Die Schwaben sind die besten Lügner in Deutschland. Sie lügen unschuldig. Woher das Frohlocken, das beim Auftreten Kants durch die deutsche Gelehrtenwelt ging, die zu drei Vierteln aus Pfarrer- und Lehrerssöhnen besteht. Woher die deutsche Überzeugung, die auch heute noch ihr Echo findet, dass mit Kant eine Wendung zum Besseren beginne. Der Theologeninstinkt im deutschen Gelehrten erriet, was nunmehr wieder möglich war. Ein Schleichweg zum alten Ideal stand offen. Der Begriff wahre Welt, der Begriff der Moral als Essenz der Welt. Diese zwei bösartigsten Irrtümer, die es gibt, waren jetzt wieder, dank einer verschmitzt klugen Skepsis, wenn nicht beweisbar, so doch nicht mehr widerlegbar. Die Vernunft, das Recht der Vernunft, reicht nicht so weit. Man hatte aus der Realität eine Scheinbarkeit gemacht. Man hatte eine vollkommen erlogene Welt, die des Seienden zur Realität gemacht. Der Erfolg Kants ist bloß ein Theologenerfolg. Kant war, gleich Luther, gleich Leibniz, ein Hemmschuh mehr in der an sich nicht taktfesten deutschen Rechtschaffenheit. Wir haben umgelernt. Wir sind in allen Stücken bescheidener geworden. Wir leiten den Menschen nicht mehr vom Geist, von der Gottheit ab. Wir haben ihn unter die Tiere zurückgestellt. Es gilt uns als das stärkste Tier, weil er das listigste ist. Eine Folge davon ist seine Geistigkeit. Wir wehren uns andererseits gegen eine Eitelkeit, die auch hier wieder laut werden möchte, wie als ob der Mensch die große Hinterabsicht der tierischen Entwicklung gewesen sei. Er ist durchaus keine Krone der Schöpfung. Jedes Wesen ist, neben ihm, auf einer gleichen Stufe der Vollkommenheit. Und indem wir das behaupten, behaupten wir noch zu viel. Der Mensch ist relativ genommen das missratenste Tier, das krankhafteste, das von seinen Instinkten am gefährlichsten abgeirrte. Freilich mit alledem auch das interessanteste. Was die Tiere betrifft, so hat zuerst Descartes mit verehrungswürdiger Kühnheit den Gedanken gewagt, das Tier als Machina zu verstehen. Unsere ganze Philologie bemüht sich um den Beweis dieses Satzes. Auch stellen wir logischerweise den Menschen nicht beiseite, wie noch Descartes tat. Was überhaupt heute vom Menschen begriffen ist, geht genau so weit, als er maschinal begriffen ist. Ehe dem gab man dem Menschen als seinem Mitgift aus einer höheren Ordnung den freien Willen. Heute haben wir ihm selbst den Willen genommen, in dem Sinne, dass darunter kein Vermögen mehr verstanden werden darf. Das alte Wort Wille dient nur dazu, eine Resultante zu bezeichnen, eine Art individueller Reaktion, die notwendig auf eine Menge teils widersprechender, teils zusammenstimmender Reize folgt. Der Wille wirkt nicht mehr, bewegt nicht mehr. Ehemals sah man im Bewusstsein des Menschen, im Geist, den Beweis seiner höheren Abkunft, seiner Göttlichkeit, um den Menschen zu vollenden, riet man ihm an, nach der Art der Schildkröte die Sinne in sich hineinzuziehen, den Verkehr mit dem Irdischen einzustellen, die sterbliche Hülle abzutun. Dann blieb die Hauptsache von ihm zurück, der reine Geist. Wir haben uns auch hierüber besser besonnen. Das Bewusstwerden, der Geist, gilt uns gerade als Symptom einer relativen Unvollkommenheit des Organismus, als ein Versuchen, Tasten, Fehlgreifen, als eine Mühsal, bei der unnötig viel Nervenkraft verbraucht wird. Wir leugnen, dass irgendetwas vollkommen gemacht werden kann, solange es noch bewusst gemacht wird. Der reine Geist ist eine reine Dummheit. Rechnen wir das Nervensystem und die Sinne ab, die sterbliche Hülle, so verrechnen wir uns. Weiter nichts. Ein Volk, das noch an sich selbst glaubt, hat auch noch seinen eigenen Gott. In ihm verärbt es die Bedingung, durch die es oben auf ist, seine Tugenden. Es projiziert seine Luft an sich, sein Machtgefühl in ein Wesen, dem man dafür danken kann. Wer reich ist, will abgeben. Ein stolzes Volk braucht einen Gott, um zu opfern. Religion innerhalb solcher Voraussetzungen ist eine Form der Dankbarkeit. Man ist für sich selber dankbar. Dazu braucht man einen Gott. Ein solcher Gott muss nützen und schaden können, muss Freund und Feind sein können. Man bewundert ihn, im Guten wie im Schlimmen. Die wieder natürliche Kastration eines Gottes zu einem Gotte bloß des Guten lege hier außerhalb aller Wünschbarkeit. Man hat den bösen Gott so nötig als den Guten. Man verdankt ihr die eigene Existenz, nicht gerade der Toleranz, der Menschenfreundlichkeit. Was lege an einem Gott, der nicht Zorn, Rache, Neid, Hohn, List, Gewalttat kennte? Dem vielleicht nicht einmal die entzückenden Ardieus des Siegs und der Vernichtung bekannt wären. Man würde einen solchen Gott nicht verstehen. Wozu sollte man ihn haben? Freilich, wenn ein Volk zugrunde geht, wenn es den Glauben an Zukunft, seine Hoffnung auf Freiheit, endgültig schwinden fühlt, wenn ihm die Unterwerfung als erste Nützlichkeit, die Tugenden der Unterworfenen als Erhaltungsbedingungen ins Bewusstsein treten, dann muss sich auch sein Gott verändern. Er wird jetzt Duckmäuser, furchtsam, bescheiden, rät zum Frieden der Seele, zum Nicht-mehr-Hassen, zur Nachsicht, zur Liebe, selbst gegen Freund und Feind. Er moralisiert beständig, er kriecht in die Höhle jeder Privattugend, wird Gott für jedermann, wird Privatmann, wird Kosmopolit. Ehemals stellte er ein Volk, die Stärke eines Volkes, alles Aggressive und Machtdurstige aus der Seele eines Volkes da. Jetzt ist er bloß noch der gute Gott. In der Tat, es gibt keine andere Alternative für Götter. Entweder sind sie der Wille zur Macht, und so lange werden sie Volksgötter sein, oder aber die Ohnmacht zur Macht, und dann werden sie notwendig gut. Der christliche Gottesbegriff, Gott als kranken Gott, Gott als Spinne, Gott als Geist, ist einer der korruptesten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind. Er stellt vielleicht selbst den Pegel des Tiefstands in der absteigenden Entwicklung des Göttertypus dar. Gott zum Widerspruch des Lebens abgeartet, stattdessen Verklärung und ewiges Ja zu sein. In Gott, dem Leben der Natur, dem Willen zum Leben, die Feindschaft angesagt. Gott, die Formel für jede Verleumdung des Diesseits, für jede Lüge vom Jenseits. Ein Gott, das Nichts vergöttlicht, der Wille zum Nichts heilig gesprochen. Dass die starken Rassen des nördlichen Europa den christlichen Gott nicht von sich gestoßen haben, macht ihrer religiösen Begabung wahrlich keine Ehre. Um nicht vom Geschmacke zu reden. Mit einer solchen krankhaften und altersschwachen Ausgeburt der Décadence hätten sie fertig werden müssen. Aber es liegt ein Fluch dafür auf ihnen, dass sie nicht mit ihm fertig geworden sind. Sie haben die Krankheit, das Alter, den Widerspruch und alle ihre Instinkte aufgenommen. Sie haben seitdem keinen Gott mehr geschaffen. Zwei Jahrtausende beinahe und nicht ein einziger neuer Gott, sondern immer noch und wie zurecht bestehend wie ein Ultimatum und Maximum der gottbildenden Kraft des Creator Spiritus im Menschen. Dieser erbarmungswürdige Gott des christlichen Monotonotheismus. Dies hybride Verfallsgebilde aus Null, Begriff und Widerspruch, in dem alle Décadenceinstinkte, alle Feigheiten und Müdigkeiten der Seele ihre Sanktion haben. Mit meiner Verurteilung des Christentums möchte ich kein Unrecht gegen eine verwandte Religion begangen haben, die der Zahl der Bekenner noch sogar überwiegt, gegen den Buddhismus. Beide gehören als nihilistische Religionen zusammen. Sie sind Décadence-Religionen. Beide sind voneinander in der merkwürdigen Weise getrennt. Dass man sie jetzt vergleichen kann, dafür ist der Kritiker des Christentums den indischen Gelehrten tief dankbar. Der Buddhismus ist hundertmal realistischer als das Christentum. Er hat die Erbschaft des objektiven und kühlen Problemestellens im Leibe. Er kommt nach einer hunderte von Jahren dauernden philosophischen Bewegung. Der Begriff Gott ist bereits abgetan, als er kommt. Der Buddhismus ist die einzige eigentlich positivistische Religion, die uns die Geschichte zeigt. Auch noch in seiner Erkenntnistheorie. Einem strengen Phänomenalismus. Er sagt nicht mehr Kampf gegen die Sünde, sondern ganz der Wirklichkeit das Recht gebend, Kampf gegen das Leiden. Er hat, dies unterscheidet ihn tief vom Christentum, die Selbstbetrügerei der Moralbegriffe bereits hinter sich. Er steht, in meiner Sprache geredet, jenseits von Gut und Böse. Die zwei physiologischen Tatsachen, auf denen er ruht und die er ins Auge fasst, sind einmal eine übergroße Reizbarkeit der Sensibilität, welche sich als raffinierte Schmerzfähigkeit ausdrückt, so dann eine Übergeistigung, ein allzu langes Leben in Begriffen und logischen Prozeduren, unter dem der Personeninstinkt zum Vorteil des unpersönlichen Schaden genommen hat. Beides Zustände, die wenigstens einige meiner Leser, die Objektiven, gleich mir selbst, aus Erfahrung kennen werden. Aufgrund dieser physiologischen Bedingungen ist eine Depression entstanden. Gegen diese geht Buddha hygienisch vor. Er wendet dagegen das Leben im Freien an, das Wanderleben, die Mäßigung und die Wahl in der Kost, die Vorsicht gegen alle Spirituoser, die Vorsicht insgleichen gegen alle Affekte, die Galle machen, die das Blut erhitzen. Keine Sorge, weder für sich noch für andere. Er fordert Vorstellungen, die entweder Ruhe geben oder erheitern. Er erfindet Mittel, die anderen sich abzugewöhnen. Er versteht die Güte, das Gütigsein als Gesundheit fördernd. Gebet ist ausgeschlossen, ebenso wie die Askese. Kein kategorischer Imperativ, kein Zwang überhaupt, selbst nicht innerhalb der Klostergemeinschaft. Man kann wieder hinaus. Christlich ist die Todfeindschaft gegen die Herren der Erde, gegen die Vornehmen und zugleich ein versteckter, heimlicher Wettbewerb. Man lässt ihnen den Leib, man will nur die Seele. Christlich ist der Hass gegen den Geist, gegen den Stolz, Mut, Freiheit, Libertinage des Geistes. Christlich ist der Hass gegen die Sinne, gegen die Freuden der Sinne, gegen die Freude überhaupt. Das Christentum, als es seinen ersten Boden verließ, die niedrigsten Stände, die Unterwelt der antiken Welt, als es unter barbaren Völkern nach Macht ausging, hatte hier nicht mehr müde Menschen zur Voraussetzung, sondern innerlich Verwilderte und sich Zerreißende. Den starken Menschen, aber den Missratenen. Die Unzufriedenheit mit sich, das Leiden an sich, ist hier nicht wie bei den Buddhisten eine übermäßige Reizbarkeit und Schmerzfähigkeit. Vielmehr umgekehrt, ein übermächtiges Verlangen nach Wehetun, nach Auslassung der inneren Spannung, in feindseligen Handlungen und Vorstellungen. Das Christentum hatte barbarische Begriffe und Werte nötig, um über Barbaren Herr zu werden. Solche sind das Erstlingsopfer, das Bluttrinken im Abendmahl, die Verachtung des Geistes und der Kultur, die Folterung in allen Formen, sinnlich und unsinnlich, der große Pomp des Kultus. Der Buddhismus ist eine Religion für späte Menschen, für gütige, sanfte, übergeistig gewordene Rassen, die zu leicht Schmerz empfinden. Europa ist noch lange nicht reif für ihn. Er ist eine Rückführung derselben zu Frieden und Heiterkeit, zu Diät im Geistigen, zu einer gewissen Abhärtung im Leiblichen. Das Christentum will über Raubtiere Herr werden. Sein Mittel ist, sie krank zu machen. Die Schwächung ist das christliche Rezept zur Zähmung, zur Zivilisation. Der Buddhismus ist eine Religion für den Schluss und die Müdigkeit der Zivilisation. Das Christentum findet sie noch nicht einmal vor. Es begründet sie unter Umständen. Ich berühre hier nur das Problem der Entstehung des Christentums. Der erste Satz, zu dessen Lösung heißt, das Christentum ist einzig aus dem Boden zu verstehen, aus dem es gewachsen ist. Es ist nicht eine Gegenbewegung gegen den jüdischen Instinkt. Es ist dessen Folgerichtigkeit selbst ein Schluss weiter in dessen furchtanflößender Logik. In der Formel des Erlösers, das Heil kommt von den Juden. Der zweite Satz heißt, der psychologische Typus des Galiläers ist noch erkennbar, aber erst in seiner vollständigen Entartung, die zugleich Verstümmelung und Überladung mit fremden Zügen ist. Hat er dazu dienen können, wozu er gebraucht worden ist, zum Typus eines Erlösers der Menschheit? Die Juden sind das merkwürdigste Volk der Weltgeschichte, weil sie, vor die Frage von Sein und Nichtsein gestellt, mit einer vollkommen unhemmlichen Bewusstheit, das Sein um jeden Preis vorgezogen haben. Dieser Preis war die radikale Fälschung aller Natur, aller Natürlichkeit, aller Realität, der ganzen inneren Welt, so gut als der äußeren. Sie grenzten sich ab gegen alle Bedingungen, unter denen bisher ein Volk leben konnte, leben durfte. Sie schufen aus sich einen Gegensatzbegriff zu natürlichen Bedingungen. Sie haben der Reihe nach die Religion, den Kultus, die Moral, die Geschichte, die Psychologie auf eine unheilbare Weise in den Widerspruch zu deren Naturwerten umgedreht. Wir begegnen demselben Phänomene noch einmal und in unsäglich vergrößerten Proportionen, trotzdem nur als Kopie. Die christliche Kirche entbehrt, im Vergleich zum Volk der Heiligen, jedes Anspruch auf Originalität. Die Juden sind eben damit das verhängnisvollste Volk der Weltgeschichte. In ihrer Nachwirkung haben sie die Menschheit dermaßen falsch gemacht, dass heute noch der Christ anti-jüdisch fühlen kann, ohne sich als die letzte jüdische Konsequenz zu verstehen. Ich habe in meiner Genialogie der Moral zum ersten Male den Gegensatzbegriff einer vornehmen Moral und einer Resentimentmoral psychologisch vorgeführt. Letztere aus dem Nein gegen die erstere entsprungen. Aber dies ist die jüdisch-christliche Moral ganz und gar. Um Nein sagen zu können zu allem, was die aufsteigende Bewegung des Lebens, die Wohlgeratenheit, die Macht, die Schönheit, die Selbstbejahung auf Erden darstellt, musste hier sich der Genie gewordene Instinkt des Resentiments eine andere Welt erfinden, von wo aus jene Lebensbejahung als das Böse, als das Verwerfliche an sich erschien. Psychologisch nachgerechnet, ist das jüdische Volk ein Volk der zähesten Lebenskraft, welches, unter unmöglichen Bedingungen versetzt, freiwillig aus der tiefsten Klugheit der Selbsterhaltung die Partei aller Dekadance-Instinkte nimmt, nicht als von ihnen beherrscht, sondern weil es in ihnen eine Macht erriet, mit der man sich gegen die Welt durchsetzen kann. Die Juden sind das Gegenstück aller Dekadance. Sie haben sie darstellen müssen bis zur Illusion. Sie haben sich mit einem Nonplusultra des schauspielerischen Genies an die Spitze aller Dekadance-Bewegung zu stellen gewusst. Als Christentum des Paulus. Um aus ihnen etwas zu schaffen, das stärker ist als jede Ja-sagende Partei des Lebens. Die Dekadance ist für die im Juden und Christentum zur Macht verlangende Art von Mensch. Eine priesterliche Art, nur Mittel. Diese Art von Mensch hat ein Lebensinteresse daran, die Menschheit krank zu machen und die Begriffe gut, böse, wahr und falsch in einen lebensgefährlichen und weltverleumderischen Sinn umzudrehen. Das Christentum verneint die Kirche. Ich sehe nicht ab, wogegen der Aufstand gerichtet war, als dessen Urheber Jesus verstanden oder missverstanden worden ist, wenn es nicht der Aufstand gegen die jüdische Kirche war. Kirche genau in dem Sinn genommen, in dem wir heute das Wort nehmen. Es war ein Aufstand gegen die Guten und Gerechten, ein Aufstand gegen die Heiligen Israels, gegen die Hierarchie der Gesellschaft, nicht gegen deren Verderbnis, sondern gegen die Kaste, das Privilegium, die Ordnung, die Formel. Es war der Unglaube an die höheren Menschen, das Nein gesprochen gegen alles, was Priester und Theologe war. Aber die Hierarchie, die damit, wenn auch nur für einen Augenblick in Frage gestellt wurde, war der Pfahlbau, auf dem das jüdische Volk mitten im Wasser überhaupt noch fortbestand. Die mühsam errungene letzte Möglichkeit, übrig zu bleiben. Das Residuum seiner politischen Sonderexistenz. Ein Angriff auf sie war ein Angriff auf den tiefsten Volksinstinkt, auf den zähesten Volkslebenswillen, der je auf Erden dagewesen ist. Dieser heilige Anarchist, der das niedere Volk, die Ausgestoßenen und Sünder, die Chandala innerhalb des Judentums zum Widerspruch gegen die herrschende Ordnung aufrief, mit einer Sprache, falls den Evangelien zu trauen wäre, die auch heute noch nach Sibirien führen würde, war ein politischer Verbrecher, soweit eben politische Verbrecher in einer absurd unpolitischen Gemeinschaft möglich waren. Diese brachte ihn ans Kreuz. Der Beweis dafür ist die Aufschrift des Kreuzes. Er starb für seine Schuld. Es fehlt jeder Grund dafür, so oft es auch behauptet worden ist, dass er für die Schuld anderer starb. Eine vollkommen andere Frage ist es, ob er einen solchen Gegensatz überhaupt im Bewusstsein hatte, ob er nicht bloß als dieser Gegensatz empfunden wurde. Und hier erst berühre ich das Problem der Psychologie des Erlösers. Ich bekenne, dass ich wenige Bücher mit solchen Schwierigkeiten lese wie die Evangelien. Diese Schwierigkeiten sind andere als die, an deren Nachweis die gelehrte Neugierde des deutschen Geistes einen ihrer unvergesslichsten Triumphe gefeiert hat. Die Zeit ist fern, wo auch ich, gleich jeden jungen Gelehrten, mit der klugen Langsamkeit eines raffinierten Philologen das Werk des unvergleichlichen Strauß auskostete. Damals war ich 20 Jahre alt. Jetzt bin ich zu ernst dafür. Was gehen mich die Widersprüche der Überlieferung an? Wie kann man Heiligenlegenden überhaupt Überlieferungen nennen? Die Geschichten von Heiligen sind die zweideutigste Literatur, die es überhaupt gibt. Auf sie die wissenschaftliche Methode anwenden, wenn sonst keine Urkunden vorliegen, scheint mir von vornherein verurteilt. Bloß gelehrter Müsiggang. Was mich angeht, ist der psychologische Typus des Erlösers. Derselbe könnte er in den Evangelien enthalten sein, trotz den Evangelien, wie sehr auch immer verstümmelt oder mit fremden Zügen überladen. Wie der des Franziskus von Assisi in seinen Legenden erhalten ist, trotz seinen Legenden. Nicht die Wahrheit darüber, was er getan, was er gesagt, wie er eigentlich gestorben ist, sondern die Frage, ob sein Typus überhaupt noch vorstellbar, ob er überliefert ist. Die Versuche, die ich kenne, aus den Evangelien sogar die Geschichte einer Seele herauszulesen, scheinen mir Beweise einer verabscheuungswürdigen psychologischen Leichtfertigkeit. Herr Renan, dieser Hans Wurst in Psychologikis, hat die zwei ungehörigsten Begriffe zu seiner Erklärung des Typus Jesus hinzugebracht, die es hierfür geben kann. Den Begriff Genie und den Begriff Held, Heros. Aber wenn irgendetwas unevangelisch ist, so ist es der Begriff Held. Gerade der Gegensatz zu allem Ringen, zu allem sich in Kampf fühlen, ist hier Instinkt geworden. Die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral. Widerstehe nicht dem Bösen, das tiefste Wort der Evangelien ist Schlüssel im gewissen Sinne. Die Seligkeit im Frieden, in der Sanftmut, im Nichtfeind sein können. Was heißt frohe Botschaft? Das wahre Leben, das ewige Leben ist gefunden. Es wird nicht verheißen, es ist da, es ist in euch. Als Leben in der Liebe, in der Liebe ohne Abzug und Ausschluss, ohne Distanz. Jeder ist das Kind Gottes. Jesus nimmt durchaus nichts für sich allein in Anspruch. Als Kind Gottes ist jeder mit jedem gleich. Aus Jesus einen Helden machen und was für ein Missverständnis ist gar das Wort Genie. Unser ganzer Begriff, unser Kulturbegriff Geist hat in der Welt, in der Jesus lebt, gar keinen Sinn. Mit der Strenge des Physiologen gesprochen, wäre hier ein ganz anderes Wort eher noch am Platz. Wir kennen einen Zustand krankhafter Reizbarkeit des Tastsinns, der dann vor jeder Berührung, vor jedem Anfassen eines festen Gegenstandes zurückschaudert. Man übersetze sich einen solchen physiologischen Habitus in seine letzte Logik. Als Instinktass gegen jede Realität, als Flucht ins Unfassliche, ins Unbegreifliche, als Widerwille gegen jede Formel, jeden Zeit- und Raumbegriff, gegen alles, was Fest, Sitte, Institution, Kirche ist. Als Zuhause sein in einer Welt, an die keine Art Realität mehr rührt, einer bloß noch inneren Welt, einer wahren Welt, einer ewigen Welt. Das Reich Gottes ist in euch. Der Instinktass gegen die Realität, Folge einer extremen Leid- und Reizfähigkeit, welche überhaupt nicht mehr berührt werden will, weil sie jede Berührung zu tief empfindet. Die Instinktausschließung aller Abneigung, aller Feindschaft, aller Grenzen und Distanzen im Gefühl, Folge einer extremen Leid- und Reizfähigkeit, welche jedes Widerstreben widerstreben müssen, bereits als unerträgliche Unlust, das heißt als schädlich, als vom Selbsterhaltungsinstinkte widerraten, empfindet und die Seligkeit, die Luft, allein darin kennt, nicht mehr, niemandem mehr, weder dem Übel noch dem Bösen, Widerstand zu leisten. Die Liebe als einzige, als letzte Lebensmöglichkeit. Dies sind die zwei physiologischen Realitäten, auf denen, aus denen, die Erlösungslehre gewachsen ist. Ich nenne sie eine sublime Weiterentwicklung des Hedonismus, auf durchaus morbider Grundlage. Nächst verwandt, wenn auch mit einem großen Zuschuss von griechischer Vitalität und Nervenkraft, bleibt ihr der Epikureismus, die Erlösungslehre des Heidentums. Epikur, ein typischer Dekadent, zuerst von mir als solcher erkannt. Die Furcht vor Schmerz, selbst vor dem unendlich kleinen Schmerz, sie kann gar nicht anders enden, als in einer Religion der Liebe. Dieser frohe Botschafter starb, wie er lebte, wie er lehrte. Nicht um die Menschen zu erlösen, sondern um zu zeigen, wie man zu leben hat. Die Praktik ist es, welche er der Menschheit hinterließ. Sein Verhalten vor den Richtern, vor den Heschern, vor den Anklägern und aller Art Verleumdung und Hohn. Sein Verhalten am Kreuz. Er widersteht nicht, er verteidigt nicht sein Recht, er tut keinen Schritt, da das Äußerste von ihm abwehrt, mehr noch, er fordert es heraus und er bittet, er leidet, er liebt mit den, in den, die ihm Böses tun. Nicht sich wehren, nicht zirnen, nicht verantwortlich machen, sondern auch nicht dem Bösen widerstehen, ihn lieben. Wohin kam das letzte Gefühl von Anstand, von Achtung vor sich selbst, wenn unsere Staatsmänner sogar, eine sonst sehr unbefangene Art Mensch und Antichristen der Tat durch und durch, sich heute noch Christen nennen und zum Abendmahl gehen. Ein junger Fürst an der Spitze seiner Regimenter, prachtvoll als Ausdruck der Selbstsucht und Selbstüberhebung seines Volkes, aber ohne jede Scham sich als Christen bekennend. Wen verneint denn das Christentum? Was heißt es, Welt? Dass man Soldat, dass man Richter, dass man Patriot ist, dass man sich wehrt, dass man auf seine Ehre hält, dass man seinen Vorteil will, dass man stolz ist. Jede Praktik jedes Augenblicks, jeder Instinkt, jede zur Tat werdende Wertschätzung ist heute antichristlich. Was für eine Missgeburt von Falschheit muss der moderne Mensch sein, dass sie sich trotzdem nicht schämt, Christ noch zu heißen. Ich kehre zurück. Ich erzähle die echte Geschichte des Christentums. Das Wort schon Christentum ist ein Missverständnis. Im Grunde gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz. Das Evangelium starb am Kreuz. Was von diesem Augenblick an Evangelium heißt, war bereits der Gegensatz dessen, was er gelebt. Eine schlimme Botschaft, ein Dysangelium. Es ist falsch bis zum Unsinn, wenn man in einem Glauben, etwa am Glauben an die Erlösung durch Christus, das Abzeichen des Christen sieht. Bloß die christliche Praktik, ein Leben so wie der, der am Kreuze starb, es lebte, ist christlich. Heute noch ist ein solches Leben möglich, für gewisse Menschen sogar notwendig. Das echte, das ursprüngliche Christentum wird zu allen Zeiten möglich sein. Nicht ein Glauben, sondern ein Tun, ein Vieles Nicht Tun vor allem, ein Anderes Sein. Bewusstseinszustände, irgendein Glauben, ein Für Wahrhalten zum Beispiel. Jeder Psycholog weiß das, sind ja vollkommen gleichgültig und fünften Ranges gegen den Wert der Instinkte. Strenger geredet, der ganze Begriff geistiger Ursächlichkeit ist falsch. Das Christsein, die Christlichkeit auf ein Für Wahrhalten, auf eine bloße Bewusstseins Phänomenalität reduzieren, heißt die Christlichkeit negieren. In der Tat gab es gar keine Christen. Der Christ, das, was seit zwei Jahrtausenden Christ heißt, ist bloß ein psychologisches Selbstmissverständnis. Genauer gesehen herrschten in ihm trotz allem Glauben bloß die Instinkte. Und was für Instinkte? Der Glaube war zu allen Zeiten, beispielsweise bei Luther, nur ein Mantel, ein Vorwand, ein Vorhang, hinter dem die Instinkte ihr Spiel spielten. Eine kluge Blindheit über die Herrschaft gewisser Instinkte. Das Verhängnis des Evangeliums entschied sich mit dem Tode. Es hing am Kreuz. Erst der Tod, dieser unerwartete schmähliche Tod, erst das Kreuz, das im Allgemeinen bloß für die Kanalie aufgespart blieb. Erst diese schauerlichste Paradoxie brachte die Jünger vor das eigentliche Rätsel. Wer war das? Was war das? Das erschütterte und im tiefsten beleidigte Gefühl, der Argwohn, es möchte ein solcher Tod die Widerlegung ihrer Sache sein, das schreckliche Fragezeichen, warum gerade so, dieser Zustand begreift sich nur zu gut. Hier musste alles notwendig sein, Sinn, Vernunft, höchste Vernunft haben, die Liebe eines Jüngers kennt keinen Zufall. Erst jetzt trat die Kluft auseinander. Wer hat ihn getötet? Wer war sein natürlicher Feind? Diese Frage sprang wie ein Blitz hervor. Antwort, das herrschende Judentum, sein oberster Stand. Man empfand sich von diesem Augenblick im Aufruhr gegen die Ordnung. Man verstand hintendrein Jesus als im Aufruhr gegen die Ordnung. Bis dahin fehlte dieser Kriegerische, dieser Nein-sagende, Nein-tunende Zug in seinem Bilde. Mehr noch, er war dessen Widerspruch. Offenbar hat die kleine Gemeinde gerade die Hauptsache nicht verstanden, das vorbildliche in dieser Art zu sterben, die Freiheit, die Überlegenheit über jedes Gefühl von Ressentiment. Ein Zeichen dafür, wie wenig überhaupt sie von ihm verstand. An sich konnte Jesus mit seinem Tode nichts wollen, als öffentlich die stärkste Probe, aber seine Jünger waren ferner davon, diesen Tod zu verzeihen, was evangelisch im höchsten Sinne gewesen wäre, oder gar sich zu einem gleichen Tode in sanfter und lieblicher Ruhe des Herzens anzubieten. Gerade das am meisten unevangelische Gefühl, die Rache, kam wieder oben auf. Unmöglich konnte die Sache mit diesem Tode zu Ende sein. Man brauchte Vergeltung, Gericht. Und doch, was kann noch unevangelischer sein, als Vergeltung, Strafe, Gericht halten. Noch einmal kam die populäre Erwartung eines Messias in den Vordergrund. Ein historischer Augenblick wurde ins Auge gefasst. Das Reich Gottes kommt zum Gericht über seine Feinde. Aber damit ist alles missverstanden. Das Reich Gottes als Schlussakt, als Verheißung. Das Evangelium war doch gerade das Dasein, das Erfüllt Sein, die Wirklichkeit dieses Reiches gewesen. Gerade ein solcher Tod war eben dies Reich Gottes. Jetzt erst trug man die ganze Verachtung und Bitterkeit gegen Pariser und Theologen in den Typus des Meisters ein. Man machte damit aus ihm einen Pariser und Theologen. Andererseits hielt die wild gewordene Verehrung dieser ganz aus den Fugen geratenen Seelen jede evangelische Gleichberechtigung von jedermann zum Kind Gottes die Jesus gelehrt hatte nicht mehr aus. Ihre Rache war auf eine ausschweifende Weise Jesus import zu heben von sich abzulösen ganz so wie ehedem die Juden aus Rache an ihren Feinden ihren Gott von sich los getrennt und in die Höhe gehoben haben Der eine Gott und der eine Sohn Gottes beide Erzeugnisse des Ressentiments Und von nun an tauchte ein absurdes Problem auf Wie konnte Gott das zulassen? Darauf fand die gestörte Vernunft der kleinen Gemeinschaft eine geradezu schrecklich absurde Antwort Gott gab seinen Sohn zur Vergebung der Sünden als Opfer Wie war es mit einem Male zu Ende mit dem Evangelium? Das Schuldopfer und zwar in seiner widerlichsten barbarischsten Form das Opfer des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen Welches schauderhafte Heidentum Jesus hatte er den Begriff Schuld selbst abgeschafft Er hat jede Kluft zwischen Gott und Mensch geleugnet Er lebte diese Einheit von Gott und Mensch als seine frohe Botschaft und nicht als Vorrecht Von nun an tritt schrittweise in den Typus des Erlösers hinein die Lehre vom Gericht und von der Wiederkunft die Lehre vom Tod als einem Opfertode die Lehre von der Auferstehung mit der der ganze Begriff Seligkeit die ganze und einzige Realität des Evangeliums eskamotiert ist zugunsten eines Zustandes nach dem Tode Paulus hat diese Auffassung diese Unzucht von Auffassung mit jeder rabbinerhaften Frechheit die ihn in allen Stücken auszeichnet dahin logisiert wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten so ist unser Glaube eitel und mit einem Male wurde aus dem Evangelium die verächtlichste aller unerfüllbaren Versprechung die unverschämte Lehre von der Personal Unsterblichkeit Paulus selbst lehrt sie noch als Lohn man sieht was mit dem Tode am Kreuze zu Ende war ein neuer ein durchaus ursprünglicher Ansatz zu einer buddhistischen Friedensbewegung zu einem tatsächlichen nicht bloß verheißenen Glück auf Erden denn dies bleibt ich hoffe es schon hervor der Grundunterschied zwischen den beiden Dekadence Religionen der Buddhismus verspricht nicht sondern hält das Christentum verspricht alles aber hält nichts der frohen Botschaft folgte auf dem Fuß die allerschlimmste die des Paulus in Paulus verkörpert sich der Gegensatz Typus zum frohen Botschafter das Genie im Hass in der Vision des Hasses in der unerbittlichen Logik des Hasses Was hat dieser Dysangelist alles dem Hasse zum Opfer gebracht vor allem den Erlöser er schlug ihn an sein Kreuz das Leben das Beispiel die Lehre der Tod der Sinn und das Recht des ganzen Evangeliums nichts war mehr vorhanden als dieser Falschmünzer aus Hass Begriff was allein er brauchen konnte nicht die Realität nicht die historische Wahrheit und noch einmal verübte der Priester Instinkt des Juden das gleiche große Verbrechen an der Historie er strich das gestern das vorgestern des Christentums einfach durch er fand sich eine Geschichte des ersten Christentums wenn man das Schwergewicht des Lebens nicht ins Leben sondern ins Jenseits verlegt ins Nichts so hat man dem Leben überhaupt das Schwergewicht genommen die große Lüge von der Personal und Sterblichkeit zerstört jede Vernunft jede Natur im Instinkte Alles was wohltätig was lebendfördernd was zukunftverbürgend in den Instinkten ist erregt nunmehr Misstrauen So zu leben dass es keinen Sinn mehr hat zu leben das wird jetzt zum Sinn des Lebens Wozu Gemeinsinn Wozu Dankbarkeit noch für Herkunft und Vorfahren Wozu Mitarbeiten Zutrauen Irgendein Gesamtwohl fördern und im Auge haben Ebenso viele Versuchungen Ebenso viele Ablenkungen vom rechten Weg Eins ist Not dass jeder als unsterbliche Seele mit jedem gleichen Rang hat dass in der Gesamtheit aller Wesen das Heil jedes Einzelnen eine ewige Wichtigkeit in Anspruch nehmen darf dass kleine Mucker und Dreiviertels Verrückte sich einbilden dürfen dass um ihret Willen die Gesetze der Natur beständig durchbrochen werden Eine solche Steigerung jeder Art Selbstsucht ins Unendliche ins Unverschämte kann man nicht mit genug Verachtung brandmarken und doch verdankt das Christentum dieser erbarmungswürdigen Schmeichelei vor der Personaleitelkeit seinen Sieg Gerade alles Missratene Aufständisch Gesinnte Schlecht Weggekommene Den ganzen Auswurf und Abhub der Menschheit hat es damit zu sich überredet Das Heil der Seele auf Deutsch Die Welt dreht sich um mich Das Gift der Lehre gleiche Rechte für alle Das Christentum hat es am grundsätzlichsten ausgesät Das Christentum hat jedem Ehrfurcht und Distanz gefühlt zwischen Mensch und Mensch Das heißt der Voraussetzung zu jeder Erhöhung zu jedem Wachstum der Kultur einen Todkrieg aus den heimlichsten Winkeln schlechter Instinkte gemacht Es hat aus dem Ressentiment der Massen sich seine Hauptwaffe geschmiedet gegen uns gegen alles Vornehme Frohe Hochherzige auf Erden gegen unser Glück auf Erden Die Unsterblichkeit jedem Petrus und Paulus zugestanden war bisher das größte das bösartigste Attentat auf die vornehme Menschlichkeit Und unterschätzen wir das Verhängnis nicht das vom Christentum aus sich bis in die Politik eingeschlichen hat Niemand hat heute mehr den Mut zu Sonderrechten zu Herrschaftsrechten zu einem Ehrfrucht Gefühl vor sich und seines gleichen zu einem Pathos der Distanz Unsere Politik ist krank an diesem Mangel an Mut Der Aristokratismus der Gesinnung wurde durch die Seelengleichheits Lüge am unterirdischsten untergraben und wenn der Glaube an das Vorrecht der meisten Revolutionen macht und machen wird das Christentum ist es man zweifle nicht daran christliche Werturteile sind es welche jede Revolution bloß in Blut und Verbrechen übersetzt das Christentum ist ein Aufstand alles am Boden kriechenden gegen das was Höhe hat das Evangelium der Niedrigen macht niedrig habe ich noch zu sagen dass im ganzen Neuen Testament bloß eine einzige Figur vorkommt die man ehren muss Pilatus der römische Stadthalter einen Judenhandel ernst zu nehmen dazu überredet er sich nicht ein Jude mehr oder weniger was liegt daran der vornehme Hohn eines Römers vor dem ein unverschämter Missbrauch mit dem Wort Wahrheit getrieben wird hat das Neue Testament mit dem einzigen Wort bereichert das Wert hat dass seine Kritik seine Vernichtung selbst ist was ist Wahrheit der Glaube als Imperativ ist das Veto gegen die Wissenschaft in Praxi die Lüge um jeden Preis Paulus begriff dass die Lüge dass der Glaube Not tat die Kirche begriff später wieder Paulus jener Gott dem Paulus sich erfand ein Gott der die Weisheit der Welt im engeren Sinn die beiden großen Segnerinnen alles Aberglaubens Philologie und Medizin zu Schannen macht ist in Wahrheit nur der resolute Entschluss des Paulus selbst dazu Gott seinen eigenen Willen zu nennen Tora das ist Urjüdisch Paulus will die Weisheit der Welt zu Schannen machen seine Feinde sind die guten Philologen und Ärzte alexandrinischer Schulung ihnen macht er den Krieg in der Tat man ist nicht Philolog und Arzt ohne nicht zugleich auch Antichrist zu sein als Philolog schaut man nämlich hinter die heiligen Bücher als Arzt hinter die physiologische Verkommenheit des typischen Christen der Arzt sagt unheilbar der Philolog schwindel hat man eigentlich die berühmte Geschichte verstanden die am Anfang der Bibel steht von der Höllenangst Gottes vor der Wissenschaft man hat sie nicht verstanden das Priesterbuch par excellence beginnt wie billig mit der großen inneren Schwierigkeit des Priesters er hat nur eine große Gefahr folglich hat Gott nur eine große Gefahr der alte Gott ganz Geist ganz hoher Priester ganz Vollkommenheit Lust wandelt in seinem Garten nur dass er sich langweilt gegen die Langeweile kämpfen Götter selbst vergebens was tut er er erfindet den Menschen der Mensch ist unterhaltend aber siehe da auch der Mensch langweilt sich das Erbarmen Gottes mit der einzigen Not die alle Paradiese an sich haben kennt keine Grenzen er schuf alsbald noch andere Tiere erster Fehlgriff Gottes der Mensch fand die Tiere nicht unterhaltend er herrschte über sie er wollte nicht einmal Tier sein folglich schuf Gott das Weib und in der Tat mit der Langeweile hatte es nun ein Ende aber das Weib ist seinem Wesen nach Schlange Hever das weiß jeder Priester vom Weib kommt jedes Unhell in der Welt das weiß ebenfalls jeder Priester folglich kommt von ihm auch die Wissenschaft erst durch das Weib lernte der Mensch vom Baume der Erkenntnis Kosten was war geschehen den alten Gott ergriff eine Höllenangst der Mensch selbst war sein größter Fehlgriff geworden er hatte sich einen Rivalen geschaffen die Wissenschaft macht Gott gleich es ist mit Priestern und Göttern zu Ende wenn der Mensch wissenschaftlich wird und ein letzter Entschluss kommt dem alten Gotte der Mensch wird wissenschaftlich es hilft nichts man muss ihn erseufen Epikur hätte gesiegt jeder achtbare Geist im römischen Reich war Epikurea da erschien Paulus Paulus der Fleisch der energie gewordene Chandalahas gegen Rom gegen die Welt der Jude der ewige Jude par excellence was er erriet das war wie man mit Hilfe der kleinen sektiererischen Christenbewegung abseits des Judentums einen Weltbrand entzünden könne wie man mit dem Symbol Gott am Kreuze alles untenliegende alles heimlich aufrührerische die ganze Erbschaft anarchistischer Umtriebe im Reich zu einer ungeheuren Macht aufsummieren könne das Heil kommt von den Juden das Christentum als Formel um die unterirdischen Kulte aller Art die des Osiris der großen Mutter des Mithras zum Beispiel zu überbieten und zu summieren in dieser Einsicht besteht das Genie des Paulus sein Instinkt war darin so sicher dass er die Vorstellung mit denen jene Chandala Religionen faszinierten mit schonungsloser Gewalttätigkeit an der Wahrheit dem Heilande seiner Erfindung in den Mund legte und nicht nur in den Mund dass er aus ihm etwas machte das auch ein Mithras Priester verstehen konnte dies war sein Augenblick von Damaskus Er begriff dass er den Unsterblichkeitsglauben nötig hatte um die Welt zu entwerten dass der Begriff Hölle über Rom noch Herr wird dass man mit dem Jenseits das Leben tötet Nihilist und Christ das reimt sich das reimt sich nicht los Die ganze Arbeit der antiken Welt umsonst Ich habe kein Wort dafür das mein Gefühl über so Ungeheures ausdrückt und in Anbetracht dass ihre Arbeit eine Vorarbeit war dass eben erst der Unterbau zu einer Arbeit von Jahrtausenden mit Graniten im Selbstbewusstsein gelegt war der ganze Sinn der antiken Welt umsonst wozu Griechen wozu Römer alle Voraussetzungen zu einer gelehrten Kultur alle wissenschaftlichen Methoden waren bereits da man hatte die große die unvergleichliche Kunst gut zu lesen bereits festgestellt diese Voraussetzungen zur Tradition zur Einheit der Wissenschaft die Naturwissenschaft im Bunde mit Mathematik und Mechanik war auf dem allerbesten Wege der Tatsachensinn der letzte und wertvollste aller Sinne hatte seine Schulen seine bereits jahrhunderte alte Tradition versteht man das alles Wesentliche war gefunden um an die Arbeit gehen zu können die Methoden man muss es zehnmal sagen sind das Wesentliche auch das Schwierigste auch das was am längsten die sich hat was wir heute mit unsäglicher Selbstbezwingung denn wir haben alle die schlechten Instinkte die christlichen irgendwie noch im Leibe uns zurückerobert haben den freien Blick vor der Realität die vorsichtige Hand die Geduld und den Ernst im Kleinsten die ganze Rechtschaffenheit der Erkenntnis sie war bereits da vor mehr als zweiertausenden bereits und dazu gerechnet der gute der feine Takt und Geschmack nicht als Gehirndressur nicht als deutsche Bildung mit Rüpelmanieren sondern als Leib als Gebärde als Instinkt als Realität mit einem Wort alles umsonst über Nacht bloß noch eine Erinnerung Griechen Römer die Vornehmheit des Instinkts der Geschmack die methodische Forschung das Genie der Organisation und Verwaltung der Glaube der Wille zur Menschen Zukunft das große Ja zu allen Dingen als Imperium Romanum sichtbar für alle Sinne sichtbar der große Stil nicht mehr bloß Kunst sondern Realität Wahrheit Leben geworden und nicht durch ein Naturereignis über Nacht verschüttet nicht durch Germanen und andere Schwerfüßler niedergetreten sondern von listigen heimlichen unsichtbaren blutarmen Vampiren zu Schanden gemacht nicht besiegt nur ausgesogen die versteckte Rachsucht der kleine Neid Herr geworden alles Erbärmliche an sich Leidende von schlechten Gefühlen heimgesuchte die ganze Ghetto-Welt der Seele mit einem Male obenauf man lese nur irgendeinen christlichen Agitator den heiligen Augustin zum Beispiel um zu begreifen um zu riechen was für unsaubere Gesellen damit oben aufgekommen sind man würde sich ganz ganz betrügen wenn man irgendwelchen Mangel an Verstand bei den Führern der christlichen Bewegung voraussetzte oh sie sind klug klug bis zur heiligkeit diese Herren Kirchenväter was ihnen abgeht ist etwas ganz anderes die Natur hat sie vernachlässigt sie vergaß ihnen eine bescheidene Mitgift von achtbaren von anständigen von reinlichen instinkten mitzugeben unter uns es sind nicht einmal Männer wenn der islam das christentum verachtet so hat er tausendmal recht dazu der islam hat männer zur voraussetzung das christentum hat uns um die ernte der antiken kultur gebracht es hat uns später wieder um die ernte der islam kultur gebracht die wunderbare maurische kultur welt spaniens uns im grunde verwandter zu sinnen und geschmack redender als rom und griechenland wurde niedergetreten ich sage nicht von was für füßen warum weil sie vornehmen weil sie männer instinkten ihre entstehung verdankte weil sie zum leben ja sagte auch noch mit den seltenen und raffinierten kostbarkeiten des maurischen lebens die kreuzritter bekämpften später etwas vor dem sich in den staub zu legen ihnen besser angestanden hätte eine kultur gegen die sich selbst unser 19. jahrhundert sehr arm sehr spät vorkommen dürfte freilich sie wollten beute machen der orient war reich man sei doch unbefangen kreuzzüge die höhere seeräuberei weiter nichts der deutsche adel wikinger adel im grunde war damit in seinem elemente die kirche wusste nur zu gut womit man deutschen adel hat der deutsche adel immer die schweizer der kirche immer im dienste aller schlechten instinkte der kirche aber gut bezahlt dass die kirche gerade mit hilfe deutscher schwerter deutschen blutes und mutes ihren tod feindschaftskrieg gegen alles vornehme auf erden durchgeführt hat es gibt an dieser stelle eine menge schmerzliche fragen der deutsche adel fehlt beinahe in der geschichte der höheren kultur man errät den grund christentum alkohol die beiden großen mittel der korruption an sich sollte es ja keine wahl geben angesichts von islam und christentum so wenig als angesichts eines arabes und eines juden die entscheidung ist gegeben es steht niemandem frei hier noch zu wählen entweder ist man ein schandaler oder man ist es nicht krieg mit rom aufs messer friede freundschaft mit dem islam so empfand so tat jeder große freigeist das genie unter den deutschen kaisern friedrich der zweite wie muss ein deutscher erst genie erst freigeist sein um anständig zu empfinden ich begreife nicht wie ein deutscher je christlich empfinden konnte hier tut es not eine für deutsche noch hundertmal peinliche erinnerung zu berühren die deutschen haben europa um die letzte große kulturernte gebracht die es für europa heimzubringen gab um die der renaissance versteht man endlich will man verstehen was die renaissance war die umwertung der christlichen werte der versuch mit allen mitteln mit allen instinkten mit allem genie unternommen die gegenwerte der vornehmen werte zum sieg zu bringen es gab bisher nur diesen großen krieg es gab bisher keine entscheidendere fragestellung als die der renaissance meine frage ist ihre frage es gab auch nie eine grundsätzlichere eine geradere eine strenger in ganzer front und auf das zentrum losgeführte form des angriffs an der entscheidenden stelle im sitz des christentums selbst angreifen hier die vornehmen werte auf den thron bringen will sagen in die instinkte in die untersten bedürfnisse und begierden der selbst sitzenden hinein bringen ich überirdischen zauber und farbenreiz es scheint mir dass sie in allen schaudern raffinierter schönheit erglänzt dass eine kunst in ihr am werke ist so göttlich so teufelsmäßig göttlich dass man ja tausende umsonst nach einer zweiten solchen möglichkeit durchsucht ich sehe ein schauspiel so sinnreich so wunderbar paradox zugleich dass alle gottheiten des olymps einen anlass zu einem unsterblichen gelächter gehabt hätten caesare borgia als papst versteht man mich wohl an das wäre der sieg gewesen nachdem ich heute allein verlange damit war das christentum abgeschafft was geschah ein deutscher mönch luther kam nach rom dieser mönch mit allen rachsüchtigen instinkten eines verunglückten priesters im leibe entpörte sich in rom gegen die renaissance statt mit tiefster dankbarkeit das ungeheure zu verstehen das geschehen war die überwindung des christentums an seinem sitz verstand sein hass aus diesem schauspiel nur seine nahrung zu ziehen ein religiöser mensch denkt nur an sich luther sah die verderbnis des papsttums während gerade das gegenteil mit händen zu greifen war die alte verderbnis das peccatum originale das christentum saß nicht mehr auf dem stuhl des papstes sondern das leben das große jahr zu allen hohen schönen verwegenen dingen und luther stellte die kirche wieder her ergriff sie an die renaissance ein ereignis ohne sinn ein großes umsonst oh diese deutschen was sie uns schon gekostet haben umsonst das war immer das werk der deutschen die reformation leibniz kant und die sogenannte deutsche philosophie die freiheits kriege das reich jedes mal ein umsonst für etwas das bereits da war für etwas unwiederbringliches es sind meine feinde ich bekenne es diese deutschen ich verachte in ihnen jede art von begriffs und wert unsauberkeit von feigheit vor jedem rechtschaffenden ja und nein sie haben seit einem jahrtausend beinahe alles verfilzt und verwirrt woran sie mit ihren fingern rührten sie haben alle halbheiten drei achtel seiten auf dem gewissen an denen europa krank ist sie haben auch die unsauberste art christentum die es gibt die unheilbarste die unwiderlegbarste den protestantismus auf dem gewissen wenn man nicht fertig wird mit dem christentum die deutschen werden daran schuld sein hiermit bin ich am schluss und spreche mein urteil ich verurteile das christentum ich erhebe gegen die christliche kirche die furchtbarste aller anklagen die je ankläger in den mund genommen hat sie ist mir die höchste aller denkbaren korruption sie hat den willen zur letzten auch nur möglichen korruption gehabt die christliche kirche ließ nichts mit ihrer verderbnis unberührt sie hat aus jedem wert einen unwert aus jeder wahrheit eine lüge aus jeder rechtschaffenheit eine seelen niedertracht gemacht man wage es noch mir von ihren humanitären segnungen zu reden irgendeinen notstand abschaffen ging wieder ihre tiefste nützlichkeit sie lebte von notständen sie schuf notstände um sich zu verewigen der wurm der sünde zum beispiel mit diesem notstande hat erst die kirche die menschheit bereichert die gleichheit der seelen vor gott diese falsche dieser vorwand für die rancunes aller niedrig gesinnten dieser sprengstoff von begriff der endlich revolution moderne idee und niedergang prinzip der ganzen gesellschaft ordnung geworden ist christlicher dynamit humanitäre segnung des christentums aus der humanitas ein selbst widerspruch eine kunst der selbst schändung einen willen zur lüge um jeden preis ein widerwillen eine verachtung aller guten und rechtschaffenden instinkte heraus zu züchten das wären mir segnungen des christentums der parasitismus als einzige praxis der kirche mit ihrem bleichsuchts ihrem heiligkeitsideale jedes blut jede liebe jede hoffnung zum leben ausdringend das jenseits als wille zur verneinung jeder realität das kreuz als erkennungszeichen für die unterirdischste verschwörung die es je gegeben hat gegen gesundheit schönheit wohlgeratenheit tapferkeit geist güte der seele gegen das leben selbst diese ewige anklage des christentums will ich an alle wände schreiben wo es nur wände gibt ich habe buchstaben um auch blinde sehen zu machen ich heiße das christentum den einen großen fluch die eine große innerlichste verdorbenheit den einen großen instinkt der rache dem kein mittel giftig heimlich unterirdisch klein genug ist ich heiße es den einen unsterblichen schandfleck der menschheit und man rechnet die zeit nachdem dies nefastus mit dem dies verhängnis anhob nach dem ersten tag des christentums warum nicht lieber nach seinem letzten nach heute umwertung aller werte friedrich nietzsche gelesen von steve kraske